Hallo mein Freund, eine weitere Livestream-Ankündigung für den kommenden Sonntagabend, 19 Uhr, ab 19 Uhr sind wir wieder auf Twitch aktiv, querstrich Jateki, und der Link auch nochmal in der Beschreibung, dann spielen wir The Dust, nicht Dust, An Alysium Tale. Ein wirklich grandioses Spiel, was ihr euch auf jeden Fall mal angesehen haben solltet, und wir werden auch noch das eine oder andere Spiel spielen, deswegen schaut mal einfach vorbei, kostet ja nix, also, seid dabei, seid dabei, seid so frei, also, bis dato, Tschüssi! Untertitelung des ZDF, 2020